Blub, 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 monster, starkes, schwimmen. Blub, 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 blub. An einem heißen Sommertag versammeln sich viele Badegäste und Fische in einem kühlen See, um sich etwas abzukühlen. Blub, 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 blub. Auch Julian ist mit von der Partie. Er zieht sich noch schnell seine Badehose um und schon hüpft er in das kalte Nass zu den anderen. Wo ist das cool hier? Sie schwimmen herum und spielen und toben im Wasser. Oh, ist das schön hier. Ja, so kühles Wasser. Doch plötzlich kommt ein Monster und alle flüchten aus dem Wasser. Ah, ein Monster. Nun ist das Monster ganz traurig, weil keiner mit ihm spielen will. Doch dann bemerkt Julian, dass das Monster gar nicht so böse ist und geht zurück zu ihm ins Wasser. Sie holen sich einen Ball und spielen den ganzen Tag gemeinsam. Bin ich froh, einen so guten Freund wie dich gefunden zu haben. Ich auch. Ein monsterstarker Film von Alissa und Celina. Plub, 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 plub Vielen Dank.